Boah, Alter. Bro, der Sound. Holy shit, der Sound, der da kommt beim Starten, ist bisschen creepy. Boah, fuhr. Okay, Bruder. Gut, Bro. Mehr Spieler. Papa Platte. Es geht um eine epische Schlacht, okay? Yeah, Coach Steffi. Wir spielen gegen Timothy 2.0 und Lil Struggle. Es geht darum, sich in jedem Spielzug immer zu bewegen. Das ist jetzt gerade die Startplation, ne? Ich bleib lieber hier so weiter ein bisschen hinten so. Okay, Basti, was hast du? Ich hab tödlicher Fall. Weißt du, ich guck erst mal am Anfang nicht, dass du deine besten Items schon direkt verballerst, weißt du? Ja, ich mach tödlicher Fall erst mal. Bei mir ist es eingerastet. Ach nein, das ist das schwarze Loch. Oh nein, ich hab das schwarze Loch nicht gesehen, Dicke. Und den Laser. Oh nein, ich hab mein erstes Schlacht gebloat. Oh, gerade so dumm. Ich mach nur mal einen Tester. Oh, stark, stark. Doch, 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 war stark. Ja, aber ich hab den Winkel, ich hab den Winkel, weißt du? Boah, geiles Game, Alter. Geiles Game. Wir haben beide, aber auch Schild, ne? Wo sollte der hingehen? Ist ein bisschen unangenehm. Okay, ich fahre ein Stück zurück, ja genau. So, okay, ich hab einen Spalter. Boah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich nehm die Palme. Come on, it's time. Oh nein, oh Basti. Oh mein Gott, das ist eine Wand. Aber meiner trifft mich. Boah, deiner wäre heftig gewesen. Oh, deiner hättest du dir aufheben sollen. Alter, aber smart, weil wir haben jetzt Little Struggle eingesperrt, Basti. Sehr, sehr intelligent. Sehr, sehr intelligent. Oh mein Gott, huge, huge. Ich hab dann meinen Dödel reingedrückt und dann... Save, du sagst es, Kumpel. Wie Kevin in die Schusslinie des Gegners fährt. Nein, Kevin, was hast du getan? Nein, nein, das haben die nicht gecheckt, Bro. Weiß nicht. Wie viel hat deine Brille gekostet? Null Euro. Oh, ha, ha, Dega. Brille Platte. Oh, oh, ich krieg keine Luft mehr, Basti. Warte, ich, ich... Beatme mich. Commander, Commander. Papa Platte. Er braucht sie, jetzt am meisten. Papa Platte, denk dran, was der Commander immer zu uns gesagt hat. Was hat er gesagt? Der Kampf, der Kampf ist wie ein Schaukelstuhl. Schubst du sie nach vorne, kommt er wieder zurück. Das hat der Commander gesagt. Ja, der Commander. Howdy, Partner. Okay, watch this, watch this, Bro. Oh mein Gott. Wir haben uns beide nicht... Ja, den hätte ich irgendwie gerade einsetzen können, naja. Ich hab 52 Schaden gemacht. Okay, ich hab auch Schaden gemacht. Ich hab 10 Schaden gemacht. Dig, das Pock, 10 in Schaden. Yeah. Aber wir haben uns nicht bewegen. Wir waren abgerenkt. Ja, aber guck mal, wie kackend die jetzt stehen. Die haben dieses lila ne Ding da, weißt du? Oh. Er spielt alles in unsere Karten. Der Vorteil ist eindeutig. Wer anderen eine Grube dreht. Oder angenehm. Ich wär das gern. Ich weiß nicht, ob ich nochmal den Hüpf plus Ion machen soll. Ich mach mal die Dorn, Basti. Ja. Oh. Oh, der könnte saftig kommen. Oha, Deins war richtig schaden. 75er Schaden. Deins war richtig schaden. Danke dir. Commander, Delta wird zu Ende gehen. Oh. Oha. Mein Bein. Ich werd ihn hinten finischen. Lass mich das tun. Ich finische. Okay, Basti, ich werde den Spalter einsetzen. 3, 2, 1. Der Spalter kommt. Maulwurfzügel ist eingeleitet. Boom. Holy shit, er hat den Double Shot bekommen von mir. Yeah, das war's mit dir. GG, sag ich dir. Nächstes Mal besser anschnallen. Little Struggle. Viel Spaß in der Lobby. All right, Basti, GHG. Ich werd den Schwimbelball einsetzen. Hilfe. Hilfe abgelehnt. Gegen Kommentar, Basti. Danke dir. Hilfe abgelehnt. Wir sagen Nein zu Hilfe. Was wird Timothy machen? Wie soll er das Spiel noch drehen? Er kann es nicht drehen, Bro. Unsere Panzer haben die optimale Position. Commander, GHG. Ich werde die Kaulquappen einsetzen. Boom. Was war das denn? Ich hab auf die Tastatur gesmasht. Wow. Meinte nicht jemand, in der Chitty-Kaulquappen sind OP? Sieht jetzt gar nicht so aus. Oh nein, sie gehen hoch. Sieben Schaden. Danke, Bro. Ich hab noch zweimal Erdbeer. Ich hab die Glock einsetzen. It's time for the Glock. Yeah. Peng, peng. Vielleicht kannst du den doppelten Schaden mitnehmen. Oha, was kommt jetzt? Ich hab keine Zeit mehr für diese... ...Kinderspiele. Oh, Mann. Dick, hast du den Glock? Dreh die Runde mal so. Ich hab in die Luft geschossen und du in den Berg. Was eine Scheißrunde. Kevin, eventuell musst du das alleine. Wenn mir das noch schocken, ich schwöre. Basti, ich kann das nicht alleine ohne dich. Ich schaff das nicht, Kumpel. Hüft-Fusion, du bist dran. Oh, Dicker, es tut mir leid. Sorry, Bro. Oh, nee, 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 nee. Nicht noch ich auch. Oh, nee, Dicker, nee. Nee, oh mein Gott, Dicker. Oh, nee. Oh, nee. Das Junge ist doch richtig scheiße. Basti, wir dürfen uns nicht verlieren. Soll ich RP machen aufs... Oh, ich bin gemütet. Fuck. Sorry, wir hatten gerade... Mein Headset ist... Also, ich hatte... Er schreibt... Er schreibt Roller im Team. Ach so. Ja, Bruder, was machst du da? Wir sind hier auf einer Mission. Du killst mich fast. Ich hol Apache. Ich mach wenigstens noch meinen Damage-Input. Was du machst, ist... Mama, jetzt sind wir Fame. Apache. Warte, was? Oha, Apache OP, Dicker. Das war so ein Garant... Nein, du bist durch das Ding geflogen, was garantiert trifft. Nee, nee, glaub ich nicht. Ach so, ja, stimmt. Sorry. Ich werde den tödlichen Fall einsetzen. Boom. Ich werde hinten gegen die Bande spielen, dann kommt der wieder zurück. Gefickt! Legt euch lieber nicht mit uns an. Oh nein, der Hamster. Nicht der Hamster! Beide auf ihn. Oh mein Gott, ja. Oh Gott, was ist das denn für ein Spawn? Okay, hast du irgendwas, was du... Okay, ich... Ich mach ihn direkt tief rein. Ich mach den Tunnel. Ich mach den Kaktus. Ich hoffe, ich treffe nicht dich. Aber sollte schon passen. Ja, passt. Arschgeiler Start, Dicker. Ja, Mann. Aber ich hab dich... Gut, heftig. Ich hab mir weitaus mehr Damage gemacht als ihm. Starker Start. Starker Start. Wait, 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 das ist gut, das ist gut. Das ist richtig huge. Nice, das haben wir gebraucht. Ach du Scheiße. Wenn du kannst, mach einen Sniper drauf. Sniper macht super für Schaden. Hab ich auch keinen Sniper. Ich weiß nicht, wie geradlinig ein Sniper fliegt, aber ich hoffe, halbwegs. Ich mach Doran. Ich glaub. Oh, 57 Damage hab ich gemacht. Sorry, Bro. Ich wusste, dass es gespaltet. Der Schaden, den hab ich gemacht, by the way. Wie? Ich hab... Hä? Danke dir, Bro. Kein Ding, Digga. Ich hab 57 Schaden gemacht, Basti. Er stand da. Oh nein, oh nein, Basti, du schluckst. Oh Gott, oh Gott, der ist rausgebohlt. Ich hab sie weggeworfen. Kobi. Nice, good job, Bro. Okay, Buddy. Ich geh auf das zweimal Schaden. Ja, ja, ja. Musst du. Ich schieß mit der Glock. Pass auf, ich mach tödlichen Fall. Das ist so smart. Das kann nicht schief gehen. Nee, oh mein Gott, da ist ja ein Gegner vor mir. Ich vollidiot. Tick, ich bin so hohl. Aber der Typ vor uns ist wenigstens fast down. Irgendwie macht sein Teammate ihm auch Schaden. Ja, ihm mehr als uns. Aber das dürfen wir einfach gar nicht sagen. Los. Oh. Oh. Ähm... Er wollte nur das Alte nehmen. Ah, er wollte das Heil-Ding. Und mich noch. Aha. Yo. Bounced aber auch 400 Mal. Okay, weiter ganz kurz. Kriegst du ihn gefinished? Weil ich hab einen scheiß Winkel. Kannst du dich einfach auf diese Spitze da raufkriegen? Pass auf, ich mach Kaktus. Nee, ich hab eine Strap. Machst du auf ihn? Ja, ja, ja. Kriegst du ihn gekillt? Ja, ich krieg ihn gekillt. Magie, du auf den anderen. Ich versuche. Ich muss einen Testschuss machen. Okay, das wird unnormal huge. Okay, seid ihr fucking ready, Chad? Oh mein Gott. Ich darf nichts sagen, weil meine auch schlecht war. Aber danke, dass du ihn nicht gefinished hast. Kein Ding, Digga. Und ich nochmal richtig Schaden bekomme. Kein Problem. Ich finish ihn jetzt in nächste Runde. Nee, lass mich. Nein, nein, ich mach safe, safe, safe. Kriegst du ihn? Ja, 100% nicht. Wenn das nicht ist, dann forgive away ich mein linkes Ei. 100% nicht. Wenn das nicht killt, dann 10 Subs an mich. Okay. Da hätte man gerne ein bisschen Subs bekommen. Boah, die Morgens Geist ist krank episch bei mir. Geladen? Ja. Feuer. Feuer, ja. Oh nein, das ist wie so eine Granate, die Luft am Griff. Das wusste ich nicht, scheiße. Da hinten dieses Ligern ist halt sozusagen eine Bande, weißt du? Ja, aber, ja. Boah, er steht echt gut da oben. Muss man schon sagen, er steht richtig gut da oben, Brudi. Wir haben die Advantage. Hol dir vielleicht nächste Runde das Paket da oben. Heil dich. Ja, wir sollen uns auf safe runterspielen. Safe. Wir spielen uns auf safe runterschärten. Immer schon bewegen, Kevin. Nicht die Bewegung vergessen. Ja, ich bewege mich, Habibu. Ich weiß nicht, was Blitz ist, aber ich gehe mit Blitz rein. Du schießt auf blau. Oh nein. Ich wollte auf das blaue Ding gehen. Wow, ich glaube, das hätte Damage gemacht. Ich wollte in das blaue Ding reinballern. Oh, das wäre so gut gekommen. Oh Gott, was scheiße. Er steht echt gut an der Bande. Disco-Kugel, du bist dran. Oh mein Gott. Kommt die noch? Ja. Kam gut. Sechs Schaden. Danke dir. Und dir zehn. Nice. Okay, du hast einen Damager. Oh mein Gott, Bro. Nee, 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 das wird die Spawn nicht so, ne? Ist nur für ihn. Kevin, du wirst es wahrscheinlich alleine machen. Nein, 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 nein. Basti sag sowas nicht. Soll ich einen Save-Erdbeben machen? Du musst irgendwas Save-Erdbeben machen. Erdbeben macht aber immer nur drei Zeichen. Ich mach Palma. Oh mein Gott, ich denke, ich nehme den doppelten Damage mit. Okay, watch this, watch this. Shad, ich mache mich stolz. Für euch, Jungs. Für den Shad. Boom. Guter, guter Damage. Guter Damage. Er kommt und tritt sich nur auf mich. Du musst den richtigen Winkel finden. Ich brauche neue Eidems. Das ist in 101 vorne. Und du bist meine Lebensversicherung. Minrex, Ruhe bitte. Oh nein, Basti. Komm mal an Basti, sind Sie doch am Leben. Ja, die Verbindung ist schlecht. Wir haben neue Eidems bekommen. Ich habe einen Sniper. Ich werde ihn snipen. Machst du das? Ich glaube schon. Okay. Der Sniper fliegt anders als früher. Oh mein Gott. Das war so huge. GG. Digga, du hast es vorbereitet. Und meins ist reingeflirrt. Alter, das war so sick. Holy shit. Das war das Sickste, was um 0.36 Uhr jemals passiert ist. What the fuck. Good job, Bro. Kevin, hast du mich gehört? Ich bin vorne an der Front. Hast du es gehört? Okay, Basti, ich bin hier hinten. Oh nein, ich wieder hinten. Digga, was macht diese Drohne? Soll ich die Drohne nehmen? Wenn du die triffst, dann triff deiner garantiert. Meinst du? Vertrauen. Ich mach den Kaktus, Kumpel. Bitte nicht auf mich. Oh mein Gott, guck mal, wie gut meiner ist. Loll. Guck mal, was meiner macht. Oh, meiner, deiner ist huge, ja. Ich hab ihm damit direkt den Winkel zerstört und 72 Schaden gemacht. Boah, der Winkel ist richtig ass. Guter Schad, guter Schad, real top. Danke dir. Richtig Schaden, Stab. Du darfst nicht vergessen, dass es dort Portale gibt. Er könnte reintürtet mit einem Schuss ins Blaue über Orange auf dich gehen. Du sagst es, Kumpel. Er könnte auch über Orange auf Blau gehen und dich gehen. Du könntest direkt unter Orange fahren und einfach von oben reinschießen. Und dann kannst du es einfach auf ihn runterriegen lassen. Oh, du meinst so, ja, ja, fast 180 Grad nach oben, ja. So gerade was, was so mehrere Items rausballert, weißt du? Boah, das wäre so smart. Ja, warte, aber ich hab sowas nicht, glaub ich. Du kannst auch gucken, dass du auf den Melonen atzen. Los. Wo sollten die denn hin? Auf sich selber. Oh. Guck eventuell, ob du Melonen-Emil vielleicht einen stabilen Winkel... Oder wollen wir lieber erstmal wieder einen fokussieren? Okay, warte, die Dinger sind weg. Ich denke, wir sollten Melonen-Emil fokussieren. Warte, dann mach ich ein bisschen weniger, vielleicht treffe ich auch deinen Typen. Digga, ich mach's so. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Nevermind, der kam überhaupt nicht. Digga, ich mach hier meinem gerade komplettes Leben zur Hölle. Ja, aber du machst ihm das jetzt frei, er hat jetzt einen besseren Winkel gerade. Ich hab ihm aber über 100 Schaden gedrückt insgesamt. Siehst du, wo ich mein Rohr ausgefahren hab, Kevin? Boah, ich seh den Rohr so unten raus, das ist nice. Gefällt mir, das macht was Neues. Rohre müssen nicht immer oben raus sein. Die können auch nochmal nach unten sein. Kevin, ich stech ihn ab. Okay. Okay, Digga. Mach das. Oh, Jogi, ist so nah, Kam. Ey, Digga, es kann sein, dass ich dich töte damit, ja? Das ist nicht schlimm. Ich hab ihn schon getötet. Okay, ich hab dich leider nicht getroffen. Kevin, ich hab ihn gekillt. Äh, ich hab den nicht. Nice, schön. Ich hab ihn dann wirklich geneift, ne? Hast du gesehen? Ja. Spüre die Kraft, der Flammen. Der kommt, Basti. Alter. Der hat ihn überhaupt nicht getroffen, what the fuck. Kevin, willst du auch nochmal Damage heute machen, oder? Ja, komm, shut the fuck up, Digga. Spüre den K99 Krater. Oha. Cover pride. Kevin, hast du nicht irgendwie gefühlt? Ah, gut, ist gut. No flame. Ich hab mehr Damage gemacht als du. Strecke mich ein bisschen mehr nächstes Mal. Bro, ich hab den anderen im Alleingang gefehlt. Ja, okay, true. Aber, Bruder, ich hab auch echt ne Scheißpositionen da oben. Okay, Basti, ich werde die Guppies einsetzen. Ja. Ist hell lang. Können, du hast Hunger auf den Bananensplitz? Hier, zwei, ein paar Guppies dazu auf Gratis. Ja, Fisch mit Bananen. Hier, lernen die Kauquappen kennen. Ja, ich habe es nochmal gemacht. Schön. Wir sind so gut. Drei Games, drei Wins. Und die Leute wollen uns sagen, wir können nichts. Bruder, wir sind insane. Hi, Broski. Es war ein sehr, sehr, sehr schöner Abend. Gut, Freunde. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen nicen Abend. Danke fürs Chillen. Und bis morgen. Bis zu noch. Peace. Peace. Peace.